Duell in der Chefetage der Oberliga Hamburg. Altona 93 zu Gast beim 1-Büttler-TV. Das Spitzenspiel am Lokstädter Steindam begleitet von 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern, davon viele in den Farben von Altona 93. Wir starten in diese Partie. Die Gäste aus Altona in den himmelblauen schwarzen Trikots. Der 1-Büttler-TV tritt in Rot an. Die auch mit der ersten Offensivaktion über die rechte Seite. Schön aufgelegt für Emre Töremis, der erst seit knapp einem Jahr wieder zum ETV zurückgekehrt ist. Nach zwei Jahren beim heutigen Gegner aus Altona. Wenige Minuten später Ecke ETV. Der kommt gut für Michael Igwe, der mal ins Risiko geht und beinahe belohnt wird. Es sind die Gastgeber, die in der Anfangsphase dominieren. Nach dem Ballgewinn geht es über zwei Stationen zu Jefta Azari. Der hat viel Platz, aber die Altona-Defensive ist da und zeigt Präsenz. In Form von Kapitän Steffen Nielsen, der zwar den Ball nicht berührt, aber Azari so sehr in Bedrängnis bringt, dass er keinen adäquaten Schuss abgeben kann. Es ist ein karges Chancenbuffet in der ersten Hälfte. Wenigstens spielt das Wetter mit. Bei frühlingshaften 15 Grad lässt sich so ein 0 zu 0 doch gut ertragen. Spannendere erste Hälften gibt es en masse. Auf unserem Channel lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sliden in die zweite Hälfte. Die Offensive der Gäste nach wie vor schleppend. 55. Minute, kurze Unterbrechung, weil Theo Beermann hier voll in den Stuhl meddelt. 20 Minuten geht es für Beermann noch weiter. Dann kam Martin Schauer für ihn. Nächste Szene, der Ball am Haupthar vorbei. Auf den Kopf von Moritz Grosche. Ein einsamer Pulsschlag der Gäste. Deutlich regelmäßiger pumpt das Herz der 1-Büttler, die über die linke Seite einleiten. Das ist Bamo Mohamed. Wieder so ein Ding, das nur knapp über die Latte geht. Kapitän Mohamed ist auch derjenige, der die nächste Gelegenheit in die Spur bringt. Das ist ein toller Pass in die Spitze auf Dominik Akiol. Die Grätsche von Yannick Petschke ist richtig gut getimt. Er bewahrt sein Team vorerst vor dem Gegentreffer. Eine vierte Stunde noch zu spielen. Freistoß ETV. Das ist Samuel Olayizoi und da ist er. Der längst überfällige Treffer für 1-Büttel. Der Jubel wegen der vielen Altona-Anhänger. Ehr mau, aber das ist denen doch egal. Die freuen sich trotzdem. Assistgeber war Emre Töremis, der Ex-Altona-Spieler. 1-Büttel zeigt sich nun noch Willenstecker. Sie setzen aufs zweite Tor, werden aber unsanft von Altonas Buja Sidia gestoppt. Nachdem alle wieder zur gemäßigten Atmung wiedergefunden haben, geht's weiter. Der ETV ist weiterhin stark präsent am Tor der Gegner. Wieder über links, wieder mit Abdul Jagu. Der hat Platz und ein Auge für Hennock Tewolde. 2 zu 0. Sieben Minuten vor Schluss machen die Gastgeber den Sack dicht. Im Rücken vom Keeper Julian Kwak kommt er angerauscht. Für Abdul Saibu nichts mehr zu machen. Es ist der erste Treffer in dieser Saison für Tewolde und der sichert seinem Team gleich mal den Sieg in dieser wichtigen Partie. Noch ist aber nicht Schluss. Augen nach rechts, Ecke für die Roten. Und die erhöhen auf 3 zu 0. Denkste. Gleich kommt der Pfiff. Schiedsrichter Luca Jürgensen entscheidet auf Abseits und das zu Recht. Mit dem eingewechselten Markus Borgmann traut sich Altona nochmal vor das Tor seines Gegners. Dieser Versuch schwenkt aber in ein Konter um. Am Ball Hennock Tewolde, der bewegt sich übers halbe Feld, findet Tyrese Boaki. Der wird von Saibu zu Fall gebracht. Die Gastgeber fordern vehement Elfmeter, kriegen aber keinen. Zu Recht, meiner Meinung nach, das ist einfach zu wenig für einen Elfmeter. Diese Aktion sowieso nicht spielentscheidend. Der 1-Büttler-TV-Sieg verdient gegen ein unscheinbares Altona 93. Die Stimmen zum Spiel jetzt bei Loris Timmermann. Also wir sind in das Spiel hineingegangen. Das ist schon was Besonderes gegen Altona zu spielen. Das ist ein Traditionsverein mit vielen Fans und auch relativ guten Spielern. Und wir machen das in der Oberliga seit Wochen halt gut. Wir haben uns gut auf die eingestellt und wussten ein bisschen sozusagen, was deren Plan ist. Und wir haben uns sehr auf dieses Spiel gefreut. Aber im Spiel wusste ich immer, irgendwann wird ein Tor fallen. Großkompliment an meine Mannschaft, dass ich von hinten heraus immer und immer wieder versucht habe, Fußball zu spielen. Und sich dann Torchancen heraus spielt. Aber im letzten Drittel, da müssen wir noch arbeiten. War für uns die Stadt nicht ganz so einfach. Wir haben viele Spielausfalle jetzt gehabt. Wir haben jetzt vier Wochen überhaupt keinen Wettkampf gehabt. Und muss das irgendwie kompensieren dann dauernd. Und hat man so ein bisschen am Anfang gemerkt. Haben wir es trotzdem in den ersten 10, 15 Minuten gebraucht, da reinzukommen. Finde dann aber so ab der 20. und 25. sind wir auch besser reingekommen. Haben auch schon unsere Nadelsteche hier gesetzt. Kriegen dann durch eine Standard, kurz vor Schluss ja, das 1-0 rein. Und das hat uns bis in den Zahn gezogen. Damit müssen wir leben, das müssen wir verarbeiten und auch die Erfahrung raussammeln. Aber wie gesagt, ich bin unterm Strich natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Aber wie wir hier versucht haben und wie Leidenschaft wir hier eingetreten sind, damit komme ich klar. Die nächste Aufgabe für den 1-Mittler-TV dann beim TUS-Ostdorf am Freitag, 19.30 Uhr. Bis dann, Tschüss. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020